Musik Ich bin Thomas Stewig, ich leite das Innovationsprojekt Parkconomy. Wir sind seit zwei Tagen auf der Parkenmesse in Wiesbaden und stellen unser Thema zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Wir bauen eine digitale Roaming-Plattform für den Parkenmarkt, an die wir auf der einen Seite Parkhausbetreiber und auf der anderen Seite Mobilitätsserviceanbieter und Automobilhersteller anbinden. Unsere Lösung ist hier eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben großartiges Feedback von wichtigen Playern aus dem Parkenmarkt. Viele wollen im Nachgang unbedingt mit uns sprechen und darüber sprechen, wie sie unsere Lösung an ihre Lösung andocken können. Wir haben auch großes Interesse aus dem Ausland, aus Niederlande, Belgien und der Schweiz, die auch in ihren Ländern Möglichkeiten für eine Plattform wie unsere sehen und darüber sprechen wollen, wie unsere Lösung auch im Ausland funktionieren kann. Wir freuen uns auf euer Feedback und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann meldet euch einfach bei uns. Liebe, dass wir weiter neben euch nehmen werden,